Was geht ab meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Bitcoin bei 241.800 US-Dollar und was muss man dazu noch sagen? Der Chart ist wie eingefroren. Es tut sich seit 3-4 Tagen oder jetzt eigentlich das ganze Wochenende schon wirklich wenig. Wir haben hier so eine kleine Seitwärtsrange gebildet. Wir kommen nicht über die Marke von 43.300 US-Dollar. Deswegen werden wir heute mal nochmal einen tieferen Blick in den Chart auf jeden Fall werfen. Wir schauen uns nochmal die Funding Rates an, wir schauen uns das Open Interest nochmal ein bisschen genauer an. Wir werden uns die US-Börsen mal ein bisschen genauer angucken, ob sich da vielleicht irgendetwas tut. All das erfahrt ihr heute im Video und ich sehe schon, hier hat sich auch noch was in unserem Trade möglicherweise getan. Das erfahrt ihr jetzt alles im Video. Bevor wir hier durchstarten, lasst dem Video gerne ein Like da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe rein. Schon wenn ihr Bock auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und gestern haben wir wieder mit den Altcoin-Videos gestartet. Also hier zu Hedara gibt es das erste Update-Video. Da werden jetzt die nächsten Tage immer mal wieder ein paar Altcoin-Updates folgen. Ich habe euch ja gesagt, schreibt unten in die Kommentare gerne eure Wünsche rein. Die habe ich mir aufgeschrieben. Und das folgt dann jetzt, wie gesagt, in den nächsten Tagen. Jetzt aber zurück zu Bitcoin. Wie gesagt, momentan bei 42.800 US-Dollar. Wenn wir hier im 1-Stunden-Chart uns das mal angucken, also es tut sich verdammt wenig. Also wir haben wirklich sehr, sehr wenig Veränderungen. Nachdem wir hier unseren WIG hatten auf 43.500 US-Dollar, wurden wir sofort wieder abverkauft. Wir haben es nicht mal geschafft, diesen WIG hier unten bei 42.000 US-Dollar zu füllen. Und wir haben auch immer noch ein paar WIGs vor uns. Und das stört mich momentan in diesem Chartbild komplett. Wenn wir mal sehen, wir haben hier Nummer 1 bei 40.300, haben wir noch bei 41.300. Und dann hier oben noch bei knapp 42.100 US-Dollar. Also immer so in Tausender-Schritten. Das sind die WIGs, die ich mir gerne früher oder später noch holen würde, bevor wir überhaupt mal darüber nachdenken brauchen, wie hoch es denn danach gehen sollte. Also meiner Meinung nach bin ich immer noch dafür, dass wir zuerst unseren WIG nach unten hin sehen, in Richtung 40.300 US-Dollar, dann eben die Korrektur nach oben hin, aber auf Richtung 45.000 bis 46.000 US-Dollar. Und dann wird es sich meiner Meinung nach entscheiden, ob diese Korrektur längerfristig sein wird oder ob wir hier wirklich nur einfach einen kurzfristigen Dump gebraucht haben, um die Märkte zu neutralisieren und dann die Reise nach oben hin vorzusetzen. Aber das hier oben wird sehr, sehr wahrscheinlich so ab 45.000 US-Dollar wird das Zünglein an der Waage sein. Ob wir in einen Bullrun einkehren oder ob diese ganze Korrektur möglicherweise, dass das hier der erste Abverkauf war, dass wir dann hier die erste Zwischenkorrektur sehen und dann uns stetig nach unten hin arbeiten bis 38.000 oder sogar dann runter bis 32.000 US-Dollar. Also es ist alles noch im Raum, daran hat sich in den letzten Tagen auch trotz dieser Seitwärtsphase überhaupt nichts geändert, trotz dem Primärszenario bleibt weiterhin dabei, dass wir uns noch eine Korrektur abholen sollten, zumindest bis 40.300 US-Dollar und dann schauen wir weiter. Ist es aber auch hier überhaupt kein irgendwie Signal dafür, hier irgendwie short zu gehen, weil sich einfach hierfür viel zu wenig tut im Chart. Wir haben gar keine Liquidität, wenn wir uns das mal angucken, so vom Volumen hier unten. Absolut herablassendes Volumen. Dann die Funding-Rates orientieren sich minimal etwas mehr Long wieder. Das heißt, wir haben ansteigende Funding-Raten. Vom Open Interest her ist der Markt eigentlich komplett unverändert in den letzten 24 Stunden, aber auch die Stunden davor tut sich momentan nichts. Wir haben immer wieder diese Grayscale-Abverkäufe oder die ganzen Posts, die ihr auch in der Gruppe immer seht, die da immer geteilt werden, wenn ich das jetzt auf die Schnelle finde. Wahrscheinlich wieder nicht, das war klar, hätte ich mich vorbereiten müssen. Egal, aber ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Immer diese Posts, wo Grayscale wieder 5.000 BTC verkauft. Ist ja alles nicht so dramatisch. Man muss das ja auch mal so sehen. Grayscale hat mit die größten oder die höchsten Gebühren in dem ganzen Ding. Jetzt können die ihren Trust verkaufen und dann gehen sie einfach in BlackRock wieder rein. Natürlich muss das zu Coinbase gesendet werden. Coinbase verwahrt das natürlich auch teilweise. Aber Coinbase ist natürlich auch für die die größte Börse, wo sie dann halt im Endeffekt auch die ganzen Bitcoin dann verkaufen können. Also so dramatisch ist das Ganze nicht. Kann natürlich nochmal zu Schwankungen führen. Aber man sollte jetzt hier auch nicht zu kritisch einfach werden. Ansonsten, wie gesagt, tut sich wenig. Ich warte hier auf den Abverkauf, bevor ich hier meine nächste Longposition plane. Short, wie gesagt, ist mir momentan ein bisschen zu riskant. Sollten wir erst den Move nach oben hin wagen. Das heißt, erst hier hochgehen, dann werde ich mir hier wahrscheinlich erstmal eine Shortposition aufbauen, weil die Wigs hier unten sind einfach viel zu groß, um nicht beachtet zu werden. Schauen wir uns mal noch Ethereum an. Ethereum ebenfalls kaum Bewegung. Ihr seht hier, das haben wir vor zwei Tagen mal eingezeichnet. Also auf dem Weg nach unten hin. Wir haben das Golden Pocket nicht erreicht. Volumen auch absolut im Keller. Und das, obwohl ja jetzt eine riesen Altcoin-Season jetzt erst einmal vorausgesagt wurde. Sieht man ja wieder, was damit passiert ist. Gar nichts erst einmal. Bitcoin-Dominance weiterhin hier nämlich in unserer Supportbox, in unserem Golden Pocket, auch in einer Seitwärtsphase. Uns fehlt momentan einfach die Liquidität, um die Märkte irgendwie anzutreiben. Es ist alles momentan so gefühlt ein bisschen auf Schockstarre. Jeder wartet auf irgendwelche signifikanten News. Und meistens ist es so, wenn wir eben diese langen Seitwärtsphasen haben, wie wir sie jetzt eben bei Bitcoin haben, hier seit, ja, einer Woche bei Ethereum, ja, hatten wir noch diesen Pump, den lassen wir jetzt mal weg. Aber ansonsten haben wir einfach momentan so ein bisschen eine Seitwärtsphase. Dann passiert meistens ein großer Move. Und dafür können wir uns mal ganz kurz die Stockmärkte angucken, die es immer noch nicht geschafft haben, hier ein neues All-Time-Height zu treffen. Zumindest der S&P 500 nicht. Da warte ich immer noch drauf. Schauen wir mal, was da vielleicht im Laufe des Tages heute noch kommt. Aber wir haben ja im Marktausblick darüber gesprochen, dass vor allem diese Woche gar keine News sind. Also es ist wirklich gar nichts los an den Märkten. Das heißt, natürlich werden dann die Märkte entweder korrigieren oder leicht nach oben hin pumpen. Aber wirkliches Setup gibt es hier auch nicht. Was wir jetzt aber hier sehen beim S&P 500, wir haben das Golden Pocket das erste Mal getroffen. Von hier aus fehlt uns aber noch das höhere Hoch. Also es wäre zumindest mal ein Anfang, wenn wir hier die 4.750 Punkte mal nach oben hin durchbrechen. Könnte dann auch wieder dazu führen, dass wir eben hier vor allem auch bei Bitcoin möglicherweise doch das frühere bullische Breakout nach oben hin bekommen. Nasdaq kontrollieren wir auch gleich nochmal dazu. Läuft komplett ähnlich. Also die Märkte sind momentan einfach überhaupt nicht in Feierlaune. Nur was mich richtig freut und da deswegen habe ich gesagt, einer unserer Trades, also es sind sogar zwei, ist der DAX-Trade. Den werden wir jetzt hier auf jeden Fall mal mit Take Profit 2 nehmen. Also hier Take Profit 2 bitte mal reinnehmen, weil das Ding geht mir auf den Sack. Und wir nehmen auch hier Take Profit 2 und Stop Loss Engie, damit die Position jetzt mal abgesichert ist. Also hat ein bisschen gedauert mit dem DAX, aber jetzt endlich mal perfekte Position. Freut mich für alle da draußen. Und dann gehen wir noch gleich rüber zu Gold. Wie sieht es denn da aus? Auch hier läuft es momentan ganz gut. Wir haben noch nicht ganz unser Ziellevel erreicht, also 2001. Da waren wir jetzt schon mal. Ziellevel liegt hier unten bei 1997, 1998. 1998 kann im Laufe des Tages noch kommen. Das heißt, sollten wir hier wieder kein höheres Hoch kriegen, gerechne ich damit, dass wir hier runtergehen. Und dann werden wir Take Profit 3 nehmen. Wir werden unsere Long Position, die wir auch noch offen haben von 1.900 US-Dollar, werden wir hier unten verdoppeln und dann den Weg nach oben hin mitnehmen. Das ist jetzt erstmal so der Plan. Also ihr seht, es kommt schon ein bisschen langsam Bewegung rein, aber die Kryptomärkte sind einfach momentan noch komplett tot. Gerne mal eure Meinung unten reinschreiben, was ihr von dem ganzen Ding haltet. Wie gesagt, Long lastig eher momentan ein bisschen. Verunsichert mich ein bisschen, aber warten wir jetzt erstmal ab. Wie gesagt, DAX und Gold läuft und den Rest schauen wir dann im Laufe des Tages vielleicht noch, weil, wie gesagt, news-technisch steht heute nicht wirklich viel an, an dem Donnerstag. Seht ihr das selber. Ansonsten würde ich sagen, eventuell hören wir uns dann später noch zum Altcoin-Update-Video, wenn ich das schaffe. Und ansonsten, ja, Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe join und wenn ihr Hedara und sowas kaufen wollt, wisst ihr ja, Bing X, meine Partnerbörse, könnt ihr euch gerne mit dem Link unten registrieren. Dann war es das von mir. Wunderschönen, erfolgreichen Tag. Kommt gut durch den Tag und schlittert nicht. Ich hoffe, es ist nicht mehr so glatt da draußen für euch. Und ja, da hören wir uns vielleicht später wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, Stay Crypto.